Freunde in der Nacht, wenn der Postmann zweimal klingelt, macht ihr nicht die Tür auf, denn gleich geht's los mit MTV Home. Folgende Gäste heute mit dabei. Wir haben ihn heute tatsächlich da. Er ist der wohl berühmteste Ex-Handballspieler Deutschlands. Stefan Kretschmer ist bei uns, denn er macht ja nicht mehr das, wofür er mal bekannt geworden ist, sondern einige andere sehr interessante Sachen, die man ihm so auch gar nicht zutrauen würde, obwohl man ihm einiges zutraut. Ja, Tierversuche sind scheiße, Crips-Versuche gab's in der letzten Woche mehrere, das ist mal wieder einer. Es ist ein komplett anderes Crips geworden, als wir uns anfangs gedacht haben, aber ebenfalls sehr interessant und sehenswert. Diese Frau ebenfalls sehenswert, Mareile Kurz, sie hat eine Phobie, das heißt eine Angst, sie hat eine Knopfphobie. Und nicht nur das, sie hat auch ein Buch und darüber reden wir gleich. Und die Musik kommt heute von Stone Sour. Das ist eigentlich ein Cocktail, der hauptsächlich aus Whisky besteht. So klingt auch die Stimme von Corey Taylor, der hauptberuflich Sänger bei Slipknot ist. Und die performen heute eine Akustikversion von Sailor Hoppen. Und das hier, meine Damen und Herren, ist tatsächlich das Comeback des Jahres. Ja, da können die Minenarbeiter aus Chile aber mal einpacken. Wir sind zurück gewesen auf der weltweit größten Pornomesse der Venus und haben ein Wenn nicht du wäre Teil 2 gespielt. Es ist wirklich soweit. Die eine darf ich nachher noch strippen sehen. Das haben wir jetzt ge... Ja, ich hatte die Brille von hier Monsieur auf, konnte nix sehen. Bis gleich. Ciao. Ciao. Das heißt... Ciao. Ciao. Thanks,полож Governor. Hi. Auf escrever. Wir haben die Best-A Ja, ich bin. Eng ist immer gut. Genau. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist er der General Manager von MTV Home. Meine Damen und Herren, hier ist sie tatsächlich, die neue Berliner Bürgermeisterin im Spiel. Hier ist Paulina Ruszynski, die schönste Freude für mich. Und natürlich da vorne, Melly de Lixen, das Tim Sproten-Gedenken-Orchester. Die Gegenveranstaltung von Das Supertalent. Herzlich willkommen zu MTV Home. Ladies & Gentlemen, jahrelang hat er unter seinem Künstlernamen Orang-Utan-Klaus Massenschlägereien und Beerdigungen als Alleinunterhalter begeistert. Ja, mittlerweile ist er Nacktseiltänzer im Circus Autissimus. Begrüßt mit mir den Mann, der seit Jahren versucht, diese Sendung zu moderieren. Klassik Omlau! Ja, herzlichen Dank für diese schwungvoll vorgetragene Entree. Hätte ich dir gar nicht zugetraut nach dem Abend gestern. Er war nämlich gestern saufen mit der Jungen Union Duisburg. Ja, das sind ja immer schlimme Abende, liest man ja mittlerweile. Ich glaube, die bringen sich gerade in Stellung, um eine Koalition einzugehen mit der Jugendorganisation der Hells Angels, um dann Adolf Sauerland zu stürzen, den Bürgermeister. Hier ist er, ihr Spitzenkandidat, hier ist Joko Winterscheid. Ja, wir haben heute wunderbare Gäste. Wir haben heute tatsächlich, also ihr kennt natürlich den berühmtesten Handballspieler der Welt, Diego Maradona. Der ist heute nicht da. Wir haben den berühmtesten Ex-Handballspieler Deutschlands bei uns. Ja, er spielt keinen Handball mehr, aber das kriegt eigentlich kaum einer mit, denn er ist eigentlich bekannter als Person als die Sportart im Ganzen. Bei uns ist heute Stefan Kretschmer. Wir freuen uns sehr über diesen Besuch. Außerdem haben wir eine junge Frau zu Gast, die hat Angst. Ganz viel Angst. Sie hat sogar eine Phobie. Und jetzt kommt etwas, das ist relativ absurd, denn sie hat eine Phobie vor. Knöpfen. Das ist ja bescheuert. Klingt sehr unwahrscheinlich, ist aber genau so. Das ist doch bescheuert. Ja, das ist, das wird sie wahrscheinlich auch sagen, dass das bescheuert ist, aber es ist halt einfach so. Wir werden mit ihr darüber reden. Sie hat ein Buch geschrieben über Niesephobien. Nicht nur ihre, sondern viele andere. Mareile Kurz ist heute bei uns. Und dann ist natürlich, wie jedes Jahr, im Oktober. Ja, Pornomessenzeit, meine lieben, sehr verehrten Zuschauer. Wir waren wieder unterwegs auf der Venus. Es war ein bisschen wie nach Hause kommen, ein bisschen Heimat. Aber es hat auch ganz, ganz doll weh getan. Im Verlauf dieser Sendung könnt ihr euch den lang erwarteten zweiten Teil dieses Wahnsinns-Spektakels angucken. Und es gibt natürlich auch noch Musik. Wir haben eine hervorragende Band bei uns heute, Stone Sour, die wirklich den ganzen gestrigen Tag geprobt haben, um heute für uns hier eine Akustik-Performance ihrer aktuellen Single zu performen. Wir freuen uns sehr, dass sie da sind. Anfangen wollen wir diese Sendung allerdings mit einem Zuschauer-Crips. Ja, man nimmt sich immer relativ vor oder viel vor, wenn man nachts auf die Straße geht und ist relativ überrascht, wenn all das, was man sich vorgenommen hat, einfach nicht existiert oder funktioniert. Dass dich das noch überrascht macht. Ja, mein Gott. Es ist halt immer spät. Zuschauer-Crips, bitteschön. Hier bin ich wieder, euer Thrill-Seeker. Ich bin risikofreudig geworden seit der letzten Woche, wo wir ein Crips gerät haben, was wirklich so gar nicht funktioniert hat, wie man sich gedacht hat, aber am Ende doch irgendwie funktioniert hat. Haben wir uns diese Woche gedacht, wir machen es genauso nochmal. Total unvorbereitet irgendwohin. Die Leute wissen nicht Bescheid, wir haben keinen Komplizen. Alles, was wir haben, ist eine uralte Mail, in der drin stand, die wohnen hier. Oh, schönen guten Morgen. Das ist der Joko von MTV Home. Wir wollten mal kurz reinkommen wegen einem Zuschauer-Crips. Nee, ehrlich jetzt? Kein Scheiß. Wirklich? Ohne Witz, wir stehen hier vor der Tür. Kamerateam, der Redakteur und meine Wenigkeit. Wen sucht ihr denn? Jana, bist du Jana? Ja, aber, nee, Jana ist meine Mütterwohnung, die ist nicht da. Die ist nicht da? Nee. Ja, das macht ja nichts. Wir kommen trotzdem hoch. Ach du Scheiße. Ja gut. Was ich immer so geil finde ist, die müssten ja nicht auf den Sommer drucken. Hallo. Ja, muss dir nichts anziehen. Kannst doch so bleiben. Guten Morgen. Nee, ist kein Scheiß. Hallo. Ich bin doch erst hierher gezogen. Hallo. Das macht doch nichts. Guck mal, wir kommen hierher gezogen und schauen im Fernsehen. Das ist doch wunderbar. Guck mal, das ist dein Mikrofon? Du bist ab jetzt MTV-Mitarbeiterin? Ja. Kennst du das Zuschauer-Crips? Ja, das habe ich schon mal gesehen. Hast du schon mal gesehen? Sind sonst noch welche da? Nee, ich bin alleine. Alle sind weg. Alle sind weg. Alle sind weg? Ja, hier ist unser Flur. Ja, ich bin auch erst gestern wieder gekommen und jetzt sind alle weg. Das heißt, wir sind jetzt alleine oder was? Ja. Das wird ja mega spektakulär. Aus der Not eine Tugend machen, das habe ich gelernt bei MTV. Und wir machen was? Wir machen das unspektakulärste Zuschauer-Crips und zeigen euch die unspektakulärsten Dinge in dieser Wohnung. Hier sind meine Holzrullos, die haben wir letzte Woche angebracht. Haben wir selbst mit der Bohrmaschine angeschraubt. Ja, das ist wohl langweiligste in meinem Zimmer. Das ist diese Kerze da. Brauchst du die her? Aus dem 99-Cent-Laden. Und den Aschenbecher habe ich auch gekauft. Und ja, wenn man so eine Kerze anzündet, dann kann ja auch Wachs runtertropfen. Und dann habe ich die Kerze in den Aschenbecher gestellt. Kerze. 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 Und Aschenbecher. Super. Super, ne? Wie ein spektakulärer Katz fast nicht mehr werden. Hier ist Janas Zimmer. Ja, Mensch, das ist aber doch ganz schön. Oh, Jana hat das gleiche Bett wie ich. Da. Lustig. Ja. Ja, hier unten wäre noch so eine Verteilerdose. Ja. Mit sechs Steckplätzen. Ja. Sechsfach-Verteilerdose. 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 Zwei sind belegt. Daraus können wir folgern, dass vier noch frei sind. Ja, das ist gut. Ja. Das ist richtig gut. Also ich finde das top, fast noch deine Kerze. Ja, finde ich auch. So, hier ist unser spektakuläres Badezimmer. Das ist wirklich hier. Aber so spannend ist es auch nicht. Nee. Nö. Das ist ja lieber Live-Spann da. Und es tut mir so leid, dass ich euch warten lassen. War es okay? Ja, ist okay. Sehr gut. Heute haben wir was ganz besonderes. Und zwar haben wir heute eine Wunsch-Clip-Sendung. Doch nicht. Was haben wir denn hier unspektakuläres? Ja, das Loch in der Wand ist unspektakulär. Ja. Ja, Jule wollte den Vorhang aufmachen und dann ist das aus der Wand gerissen. Loch in der Wand. Loch in der Wand. Loch in der Wand. Loch in der Wand. Loch im Kopf. Ja. Ja. Lustig, ne? Lustig, ja. 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 Lustig, ne? Lustig, ja. Ja. Eins, zwei. Drei. Und vier. Vier. Welcher Style? Nee, aber eigentlich ... Das ist zu spektakulär. Das ist zu spektakulär quasi, ja. Sorry. Wäre eine schöne Geschichte für ein cooles Clips. Aber müssen wir heute leider ... Heute sind wir uncool. Müssen wir jetzt den ganzen Weg suchen? Ja, den ganzen Weg mit Arschtrittern, ja. Okay. So. Abmoderation mache ich dann raus, weil ich hätte es rausgeschmissen. Warte, neben dem Anlauf. Okay. Oh! Sag mal. Das ist ja was. Leute, das war, glaube ich, das unspektakulärste Crips, das wir je gedreht haben. Aber, mein Gott, so ist es halt. Das ist halt manchmal, ne. Da steckt man halt nicht drin. Wenn ihr auch mega langweilige Wohnungen habt, total unspektakulär, ja. Das gibt ganz neue Möglichkeiten für euch. Da können Sie jetzt auch mal Leute bewerben, wo man einfach gar nichts zeigen kann. MTV home at MTV.de. Und in diesem Sinne sage ich euch einfach, Sie macht Gute Nacht. Feierabend. Feierabend. Ja, wir müssen jetzt ganz leise sein. Klaas. Boah! War das zu spannend. Der ist kurz eingeschlafen, der Kollege. Ja. Aber da ist er wieder. Mensch, das wäre aber auch so schön gewesen. Die Wohnung, ich glaube, langweiliger ist nur noch Christian Wulff, oder? Meine Güte, war das langweilig. Wenn du das sagst. Fandest du? Ne, langweilig ist was anderes. Es war unspektakulär. Es war nicht langweilig. Aber jetzt kommen wir tatsächlich. Es war unspektakulär. Ist doch in Ordnung. Jetzt kommen wir zu dem Mann, der hat das aufregendste Leben der Welt. Glaube ich zumindest, ja. Er war früher immer Handballspieler. Mittlerweile ist er Lebemann, ja. Er macht eigentlich alles. Für mich ist er der Gunter Sachs des Dosenbiers. Meine Damen und Herren, hier ist Stefan Kretschmer. Herzlich Willkommen. Wunderschönen guten Tag. Komm rein. Hoi. Nimm Platz bei mir am Schreibtisch. Hören wir ein bisschen Leben hier rein. Machen wir immer die Füße ein hier. Na Stefan, jetzt bringst du ein bisschen gute Laune hier rein, ne? In den Laden, oder? Als was bin ich engagiert worden? Als guter Laune-Punk. Also gut, pass auf. Erstens Geschenk. Ja, was gibt's? Damals fiel irgendwie die Mauer und da gab's Begrüßungsgeld für uns Ossis. Seitdem schlechtes Gewissen und bei jeder Veranstaltung bring ich Begrüßungsgeschenke mit. Was sind da drin? Kondome und Bananen, oder was? Ich hab gerade gesagt, ihr seid zwei coole Typen. Ja. Um euch noch cooler zu machen. Wie alt ist denn deine Tochter? Zehn. Zehn. Gut, ich warte noch ein bisschen. Das Geschenk, hallo. Oh, das ist aber... Oh! Das ist was für Joko. Guck mal hier. Ne, das ist was für... Es ist schon so eine Art Rosenkranz, aber mit so Harald Glöckler Rosenkranz, ne? Das ist vor allen Dingen mal was cooles. Zum Hemd weiß ich nicht, aber... Aber so? Mit meinem Oberkörper, Joko. Also bei mir passt fast... Du hast auch so gekettet, aber dann sehe ich das erst. Bei dir fügt sich das nämlich so ins Gesamtbild ein, ja? Ich wusste nicht, woher du es wusstest, aber ist natürlich noch ein extra Geschenk dabei. Ja? Kinky Rocker Kondom. Tatsächlich Kondome, ja? Das ist was, worüber sich die Ossis damals gefreut haben, ist auch heute noch bei den Wessis beliebt, ne? Ja, du kannst ja nachher mit Melli vielleicht noch eine Runde essen gehen. Sehr schön, das freut mich, ja? Also man sieht schon, ja? Also alleine diese Kombination an Geschenk, ja, macht schon klar, was du für einer bist mittlerweile, ne? Wieso? Ja, du arbeitest ja nicht mehr. Nein. Du hast jetzt frei. Nicht mehr offiziell. Ja. Ist das wirklich schon? Nö, also ich habe schon mehrere Projekte noch, wie man das so gerne nennt. Ja, Projekte durcharbeiten. Mein Stand bei Nummer 1 ist natürlich der Konkurrenzsender Sport 1. Ja. Dort bin ich als Experte eingekauft worden, weil man mir das noch zugetraut hat. Ja, aber das macht ja, also das kann ja auch ein Oliver Kahn oder sowas. Also was muss man denn da wirklich machen? Kann man das auch gut? Das weiß ich nicht genau, also ich kann das nicht beurteilen. Du bist für Fußball-Fan. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Okay. Eigentlich macht man da doch nichts. Es ist doch so Waldemar Hartmann, man trinkt den ganzen Tag Weißbier und darf dann mal irgendwie... Das wäre der Idealzustand. Ja. In dem Alter von Waldemar, okay. Da muss man das wahrscheinlich auch, um einigermaßen locker rüber zu kommen. Bei mir ist das schon so, dass ich mich konzentrieren muss. Ja. Du musst ja auch diesen schnellen Sport-Handball noch einigermaßen analysieren können. Ja, genau. Also Handball ist natürlich immer noch ein Riesenthema für dich. Du bist ja jetzt so im Aufsichtsrat, was ja auch so eine Art Frühstücksdirektor ist, ne? Bist du der Gerd Mayer Vorfelder vom Handball mittlerweile? Was du jetzt wiederum auf Alkohol reduzieren würdest dementsprechend. Dann hätte ich gesagt, der Irre mit der Weinflasche. Ich habe Gerd Mayer Vorfelder gesagt. Aufsichtsrat ist natürlich mein Leipziger Projekt. Da versuche ich dann irgendwie den Leipziger Handball von der dritten Liga gerade wieder zurück in die Bundesliga zu bringen. Da habe ich keine offizielle Funktion, weil es gibt einen guten Manager, es gibt einen guten Sportdirektor. Brauchen sie mich eigentlich nicht. Habe ich im Prinzip auch gar keine Ahnung von. Was ich aber weiß, ja, ist, dass du, glaube ich, direkt nach Joko und mir der wohl schlechteste Fernsehmoderator der Welt bist. Ja? Würdest du das unterschreiben? In dem Stadium, in dem ihr jetzt seid, kann das Sinn machen vor zehn Jahren. Aha. Gut, da wird so rumrelativiert. Ja, wir haben natürlich die Probe aufs Exempel. Denn Stefan Kretschmer, viele werden es noch wissen, hatte mal eine eigene Sendung bei MTV. Das war auch kurz nach der Maueröffnung. Direkt rüber und rein in die Glotze. Sushi. MTV Sushi hieß die Sendung. Warum, weiß keiner. Und hier kommt ein Ausschnitt. Guten Abend bei MTV Sushi. Alle Zuschauer zu Hause seien herzlich willkommen. Vor allen Dingen geht ihr mir seit letzter Zeit ziemlich auf den Sack. Ich hier im idyllischen Grün in Polen und amüsiere mich prächtig beim Handball. Jetzt gerade nicht. Wie ihr seht, jetzt Pause. Diese Sendung ist wirklich nur für die Harten, was diejenigen, die MTV Sushi öfter gucken, natürlich wissen müssten. Mittelalterliche Zustände hier im Hause Kretschmer in Magdeburg. Ich bereite das in der Zeit schon mal meine Badewanne weiter vor und schüttet deswegen mal wieder Wasser nach. Kinder, macht das nicht zu Hause nach, weil das ist nicht hart genug. In unserer intoleranten Sendung MTV Sushi könnt ihr natürlich auch mitbestimmen, was hier gespielt wird ab und zu. Ab und zu spielen wir das dann auch mal. Nur zur Absicherung. Wenn jetzt irgendwelche Einspieler ihr folgen, von denen ich nichts weiß, ich habe Schaum gemacht. Schaum vorbereitet und nicht das, was ihr denkt. Ja Mädels, tut mir leid, aber das war es jetzt bei MTV Sushi. Wir verabschieden uns jetzt heftig mit einem Kräftigen. Frohe Schau auf. Tschüss. Ja, du hast gerade, also du hast dich die ganze Zeit hingeguckt, du hattest auch schon mal ein bisschen so die Hand versteckt. Ja. Tränen in den Augen. Das ist gemein. Ja, warum denn? Was findest du denn daran so gemein? Also immerhin waren es ja fast 100 Sendungen. 100 Sendungen? 100 Sendungen? Wir haben 96 MTV Sushi-Sendungen gespielt. Sind die alle an einem Tag produziert? Zwei pro Tag. Und das alles bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Also die meisten. Ja. Und es war damals natürlich konzeptlos. MTV kam damals, das war noch zu Zeiten von Christiane Zusalm-Salm. Ja, die dann neuen Live groß gemacht hat. Jetzt erfunden hat, genau. Das war die Vorstufe. Ja. Und man hat uns gesagt, okay, pass auf Kretsche, du kriegst eine Stunde Sendezeit, du kannst die Musik spielen, die du willst, das machen, was du willst, die Gäste einladen, die du willst. Und wir gucken da auch eigentlich gar nicht hin. Ja. Und das zeigte sich dann irgendwann ein Dreivierteljahr später, als Christiane Zusalm-Salm uns dann traf beim MTV Music Awards. Und mein Kumpel fragte, wer bist denn du eigentlich? Nils Böhme. Ja. Nils Böhme war der Co-Moderator der Sendung, den sie eigentlich seit einem Dreivierteljahr hätte kennen müssen. Ja. Aber da sieht man, dass man sich mit der Sendung überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Das kenne ich auch. Ich wurde auch von Dieter Gorni drei Jahre lang komplett ignoriert und seine Frau musste ihm dann immer erzählen, wer ich bin. Ihm heute noch so hier. So ist das teilweise auch noch hier. Aber ja, wir hören gleich noch mehr, denn du hast was echt Spannendes jetzt gemacht. Du bist Mitbesitzer einer Modelagentur. Ja, das passt natürlich zu dem Image, was du dir gerade ruinierst, aufbaust, wollte ich sagen. Und jetzt schauen wir mal kurz zu Paulina und danach geht's hier weiter mit Stefan Kretschmer. Genau. Wir haben jetzt eine klitzekleine Pause danach, aber so viel, dass ich das mal aufgelistet habe, damit ihr euch das besser merken könnt. Also erstens Stefan Kretschmer bleibt bei uns. Zweitens haben wir die Frau, die Angst vor Knöpfen hat. Drittens haben wir einen neuen Gewinner unserer Aktion Gemeinsam dumm. Viertens haben wir Stone Sour, die live performt. Fünftens kotzt sich Serdar Sommenschuh aus. Und sechstens, wir werden Zeuge eines Mahnmals der Blödheit. Wenn nicht du wäre von der Pornomesse Teil 2. Bis gleich. Schöpfen 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 Willkommen zurück beim Hobby-Holten-Macharelle, kurz ist bei uns Autorin von dem Buch Fui, Spinne, Watte, Knopf und gleich auch noch Corey Taylor und seine Stone Sours bei uns, die live performen werden. Wir haben gerade schon ein bisschen über dein Buch gesprochen, du hast ein Buch über Phobien geschrieben, das hier ist auch eine Phobie. Es gibt wirklich Menschen, die haben Angst vor Kaugummis. Nein, das ist auch ein ganz extremer Ekel. Das ist einfach nur ein Ekel da? Ja, das ist die sogenannte Chicler-Phobie. Aber man versteht ja nicht, was ist daran eklig? Kann man das verstehen, wenn man das Buch geschrieben hat? Ja, absolut. Man kann es auch verstehen, wenn man das Buch gelesen hat. Gut, ich kann jetzt nicht alle Geschichten lesen. Aber das finde ich auch eine sehr absurde Geschichte. Es gibt Menschen, die haben tatsächlich Angst vor ihrem eigenen Spiegelbild. Nee, nicht Angst vor dem eigenen Spiegelbild, sondern so Angst vor... Ah! Entschuldigung. Kleiner Witz. Entschuldigung. Aber die... Ich höre auf. Der ist nicht so schlimm? Doch. Sehr schlimm. Der ist sehr schlimm, gut. Aber konzentrieren wir uns auf dem Spiegelbild. Aber die haben Angst vor ihrem eigenen Bild oder die haben Angst vor... Ich höre auf, ich höre auf. Entschuldige. Ja, bitte. Die haben Angst vor ihrem eigenen Bild oder haben die Angst vor Spiegeln? Nein, die haben Angst eher so vor Spiegelgeistern. Also das ist die Vorstellung, dass der Spiegel sozusagen eine Art Tor oder ein Tunnel in so einer Art Unterwelt ist, wo dann so ein... Wo man seine Seele mit sieht. Genau, wo ein böses Pendant der eigenen Seele lebt sozusagen. Also die Vorstellung, das Spiegelbild macht plötzlich was anderes als man selbst oder plötzlich steht im Spiegel jemand hinter einem, obwohl in echt gar keiner hinter einem steht. So, solche Geschichten. Das ist... Das verstehe ich nicht, wenn man Angst vor Kätzchen haben kann, wenn man das sieht, aber das gibt es ja auch. Oh, die ist ja niedlich. Die ist niedlich, ne? Ja. Und alle Menschen, die Angst vor Katzen haben, sitzen gerade zu Hause. Also, Mareile, es war sehr interessant. Ich kann wirklich nur allen empfehlen, dieses Buch zu lesen. Fuhi, spinne, warte, Knopf. Es ist Wahnsinn, was es für Phobien gibt. Wir haben aber jetzt tatsächlich den ersten, und danke, dass du da gewesen bist, den ersten Menschen, der schon eine Reaktion darauf geäußert hat, dass wir wieder mit dem Thema hantieren, mit dem wir eigentlich uns geschworen haben, nie wieder was zu machen. Und das ist Pornografie. Serdar Sumuncu hat sich zu Wort gemeldet. Hallo, ihr beiden Süßen, hier ist nochmal euer Nachbar. Die deutsche Realität scheint ja an euch vorbeizugehen. Christian Wulff ist schon längst konvertiert, Multikulti ist tot. Frauen werden neuerdings vergewaltigt bloß, weil sie meine Watschen kassiert haben. Aber ihr? Ihr greift weiter munter in die Pornoklamottenkiste, obwohl ihr anderes versprochen habt. Und zwar so tief, wie es geht. Ja, wahrscheinlich um die Quote zu stabilisieren oder nur den eigenen Ständer zu halten. Inkonsequent würde man sagen, inkontinent würde ich es eher nennen, und zwar geistig. Es gibt ja auch Leute, die wählen FDP, weil sie dann hoffen, weniger Steuern zu zahlen. Andere wählen NPD, weil sie denken, es sei die neue Pornopartei. Ja, so sind die Missverständnisse breit gestreut. MTV Home, Sendung mit Anspruch? Nein, Pornoklitsche. Ich würde sagen, wir treffen uns im Darkroom der gescheiterten Existenzen und da wichsen wir mal ein bisschen um die Wette und gucken, ob die Welt sich schneller dreht. Viele Grüße, euer Nachbar. Wix, wix. Ja, ich möchte an dieser Stelle festhalten, der einzige, der den Stand hat, ist Corey und das ist ein Mikrofon-Ständer. Wir sind hier mit Stone Sour im Studio, ladies and gentlemen, und sie haben nicht nur ein neues Album-Reim, sie haben es wirklich geschafft. You actually made it, right? You didn't only have a new album, Audio Secrecy. You do have mousepads. Of course. This is insane. Why wouldn't we? I mean, it's a huge market. We're trying to corner that market. Is that like, if you've got mousepads on the music market, you've got it? You're not made until you have your own mousepad. Especially if it's the album cover. I mean, that just says it all. All right? Am I right? Absolutely. Maybe not. Also, hervorragend. Sie haben nicht nur ein wunderbares neues Album, Audio Secrecy. Nein, er hat auch gesagt, sie haben auch mousepads. Und wenn du mousepads hast in der Musikbranche, ja, dann hast du es wirklich geschafft. Und wenn du es noch eben weiter geschafft hast, dann hast du auch dein eigenes Album auf deinem eigenen Mauspader. Hier sind jetzt für euch Stone Sour mit Say You'll Haunt Me. Bitteschön. 1, 2, 3, 4. Little Supernova's in my head Little soft bosses in my head Little souvenirs in secret chair Well, I've got an unbretten bed I was never good enough to find I was never bad enough to mind In the middle I will do my best Take me in your arms and leave you the rest I will give you anything to Say you won't stay, you want me to Say you'll never die, you'll always solve me I wanna know I belong to you Say you'll love me Together, together We'll be together, together Forever Little variations on my page Little doors open on my cage Little time has come and gone so far Little by little who you are And I can see the patterns on your face And I can see the miracles I trace Symmetry and shadows I can't hide And I just wanna be right by your side I will give you anything to Say you won't stay, you want me to Say you'll never die, you'll always solve me I wanna know I belong to you Say you'll got me Say you wanna stay, you want me to Say you'll never die, you'll always solve me Don't wanna know I belong to you Say you'll call me together, together We'll be together, together We'll be together, together forever I belong to you Together We'll be together, together Forever I belong to you guitar solo I belong to you I belong to you водa Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist auch wichtig zu wissen, dass Metallknöpfe und Druckknöpfe... Du meinst, für die Männer draußen ist das wichtig zu wissen. Ich habe keinen Beruf, mehr mit Hobbissen zu öffnen. Ja, genau. Nein, aber Metallknöpfe sind was anderes. Genau, also bei Metallknöpfen an Jeans und bei Druckknöpfen gibt es keine Probleme. Das ist auch lustigerweise bei allen Knopfhobikern genau gleich. Also es geht immer nur um die, die so glänzen und zwei oder vier Löcher in der Mitte haben. Und wie gesagt, es ist natürlich keine Angst. Also ich glaube ja nicht, dass der mir irgendwas tun könnte oder so. Sondern, dass ich den eklig finde und den nicht anfassen und nicht am Körper haben möchte. Wie würdest du denn das Gefühl beschreiben, also bekommt einer wirklich Angst? Oder bekriegt man da nasse Hände? Ist man so klaustrophobisch im Sinne von, oh Gott, ich will hier einfach nur noch raus? Ja, es ist halt ein ganz starker Ekel. Also so wie jemand anders sich jetzt ekelt, wenn da eine verschimmelte Frucht oder so liegt. Dass man halt das nicht anfassen möchte. Und ja, was passiert dann? Dass man, also es ist jetzt nicht so Herzrasen und feuchte Hände, sondern einfach Ekel und nee, weg und will ihn nicht sehen und nicht anfassen. Ich bilde mir ja auch ein, dass die stinken. Das spielt dann ja auch noch eine Rolle. Wie geht denn das? Ja, wie das geht, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass es so ist. Und ich finde, dass die muffig riechen oder irgendwie muffig alt so nach Mottenkiste. Geht auch vielen anderen Knopfhobikern so. Ja, Ekel ist aber eigentlich ein ganz schönes Stichwort, denn ich sag mal so, ich hatte letztes Jahr einen Tag, da war ich relativ verstrahlt nach dem Drehen. Das war unangenehm. Dieser Tag jährte sich am gestrigen Tage. Und Klaas und ich haben uns dahin gewagt, wo es ganz dunkel ist. Ganz böse und dunkel. Dunkel wie ein Bärenarsch. Liebe Sittenwächter, liebe Moralisten, liebe Landesmedienanstalt, da sind wir wieder. Wir haben ja gesagt, die Pornokiste vernageln wir mit ganz großen, schweren Zinknägeln und verstecken sie ganz hinten im Keller und machen dann noch Beton drüber und das war's und so weiter. Was soll man sagen? Wir sind halt auch nur Männer. Gewisse Dinge müssen einfach sein. Hier hat unsere Karriere begonnen, hier werden wir sie heute beenden. Nichtsdestotrotz ist es einfach so. Marcel Reichernitzki wollte es, ihr wollt es und auch Alice Schwarzer wollte es. Es ist Zeit für Wenn ich du wäre auf der Pornomesse Teil 2. Wie das halt so ist, beim zweiten Teil, das kennt man ja von Filmen, da hat man natürlich immer ein bisschen Nachteile, weil natürlich Witz, Originalität, Spontanität, all das, was man am ersten Teil so geliebt hat, meistens nicht mehr da ist. Deswegen gibt es ein paar Grundregeln für zweite Teile. Regel Nummer 1. Es werden mehr Leute umgebracht. Regel Nummer 2. Noch mehr Schweinkram. Regel Nummer 3. Die Todesszenen sind noch besser ausgearbeitet. Regel Nummer 4. Jede Menge Gast-Stars. An dieser Stelle können wir die Spiele erneut beginnen lassen. Müssen allerdings noch... Unsere Identitäten tauschen. ...in den Körper des Feindes. Er kommt. Da ist er. Joko Winterscheid. Warum lachst du dich eigentlich so tot? Das sind doch deine privaten Klamotten. Weil ich heute Morgen extra habe, weil ich musste mir tauschen, diese Sachen angezogen habe und es wird so albern aussehen. Ganz ehrlich, ich fühle mich wie Ronald McDonald. Der guckt mich eigentlich so aus wie ein Geschichtslehrer. Ja, aber es gibt ja auch eine Geschichte zu erzählen, die noch in den Geschichtslüchern unserer Enkel stehen wird. Und das werden wir jetzt machen. Absolut, aber es ist auch so ein bisschen so, als wenn wir nach Hause kommen jetzt, oder? Das Gefühl von Heimat macht sich breit bei mir. Wie letztes Jahr wieder hier. Freut mich sehr. Da ist der Chef. Wie läuft's? Schön wieder in Leder. Aber nicht erwischen lassen von der Elchenpolizei, ne? Die regeln ja den Verkehr. Das sind die größten Schweine, oder? Papa. Mein Sohn. Hier gibt es jetzt die erste Herausforderung für dich, ja? Siehst du die junge Dame da auf der Bühne, ja? Oh Gott. Das Wesentliche an ihrer Show. Ich glaube, das Elementare an ihrer Show ist ja, dass sie nackt ist, ja? Wenn ich du wäre, lieber Klaas, würde ich jetzt auf diese Bühne gehen und den Teil, der am allerinteressantesten ist, nämlich die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale mit der Jacke als Sichtschutz abhängen. Jetzt weiß er mal, wie das ist. So, jetzt dürft ihr wieder. Jetzt. Jetzt dürft ihr wieder. Problem ist, sie war eingeölt und dann die Jacke würde ich jetzt in die Reinigung bringen. Die! Ich hatte ein bisschen Schiss, dass die Securities kommen. Ja, das machen wir auch. Letztes Jahr haben wir eine Halle auf dieser wunderschönen Messe ausgelassen. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Wir waren nicht so weit, muss man ehrlich sagen. Nicht so geweitet, dass wir da reingehen können. Und herzlich willkommen im Fetisch-Bereich der Venus-Messe. Oh Gott. Na komm, na komm her. Na komm zu mir. Na komm zu mir. Na komm her. Na komm, mein Herr. Na komm, mein Herr. Findest du ganz geil? Ne? Dann hätte ich eine Idee. Weißt du was, wenn ich du wäre, ne? Ich kümmere mich gleich darum, dass die Dicke hier runterkommt für dich. Dann lassen wir dich schön an die Dicke ranbonditschen. Und dann könnt ihr hier einen Walzer tanzen. Ich kümmere mich. Zwei beiden Süßen, jetzt noch eine letzte Frage. War alles okay? Ist alles okay? Dann kannst du mir jetzt mal kurz die Brille abnehmen, weil ansonsten, die hat Stärke und ansonsten kotze ich und das ist so eine blöde Situation. Ich bin auf der Suche nach einem Schamhaar. Ich bin auf der Suche nach einem Schamhaar. Ich bin auf der Suche nach einem Schamhaar. So, dann ist hier keine zu finden. What's hair? Hair, hair. Hair there. Do you have hair there? Yeah. Yeah, perfect. I need a hair. One, can I have one? No. Please, you're the only one who's got a hair done. One hair. No. One single hair. No. No. I have a few big hair, but I don't know if I'm allowed to show it to you. You're not allowed. Are you allowed to give me one? Sure. Ha 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 ha. Oh. You got one? Banzin. Thank you very much. Come on here. Ha 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 ha. Ich hab eins. Thank you very much. It was a pleasure. Ich hab's verloren. I lost it. Can I have another one, please? Please, sorry. What's your heart? No, I can't find another one. Scheiße, das glaub ich doch jetzt nicht. Well, why don't you pull your pants down and pluck one? Kann ich dir die Klappe halten? Ich hab keinen Bock an der Stelle zu verlieren. Ich reiß mir jetzt selber ein Haar raus. Ha, ich hab eins. Ich habe. Nun bist du wieder angekommen. Hat er seine Aufgabe erfüllt, so reiche er mir das versprochene Schamhaar. Okay, Aufgabe erfüllt. Hey, was ist deine Jacke, du Vollidiot? Och, scheiße. Es gibt ja noch eine Fortsetzung, auf die die Leute noch viel, viel mehr warten als das hier. Aber, meintest du, ist die Zeit schon für gekommen jetzt? Irgendwann müssen wir es machen und ich glaube, es ist die richtige Zeit dafür. Ja, wahrscheinlich hast du recht. So eine Gelegenheit gibt es dich so schnell nicht wieder, ne? Absolut. Meine Damen und Herren. Wir präsentieren euch mit ganzem Stolz. Den lang erwarteten, mit Herzblut erfüllten, zweiten Teil von Porno-Ping-Pong. Na gut, dann haben die Leute jetzt, was sie wollen, ne? Können wir ein Haken hintermachen, weiter. Tschüss. Klar ist, wenn ich du wär, ne? Würde ich mich jetzt ans Kreuz nageln lassen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, wo ihr so, Mann, das reicht mir gar nicht, um das zu Ende zu machen, was ich während des Beitrags angefangen habe, ja? Nächste Woche wird es einen zweiten Teil geben. Das war erst der erste Teil von Wenn ich du wär auf der Porno-Messe. Bei uns aber zuerst ist Marelle Kurz. Und Marelle Kurz hat ein Buch geschrieben. Ein Buch über Phobien. Marelle selber hat eine Phobie vor Knöpfen, kann man sagen. Haben wir ja gerade schon darüber gesprochen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, über dein Buch zu reden. Und ein bisschen Jean-Pütz-mäßig haben wir dir was vorgebreitet. Ja, ich hab schon befürchtet. Das hier ist eine Wanne voller Knöpfe. Da drin liegt ja ein Buch. Solltest du in der Lage sein, dieses Buch da rauszuholen, wäre ich bereit, mit dir über dein Buch zu reden. Ja gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt wieder nach Hause. Ist das eine Überwindung, jetzt da reinzugreifen? Fürchterlich. Das finde ich so eklig. Also ihr habt jetzt echt das Allerschlimmste gemacht. Was denn? Wegen den Knöpfen oder was? Nee, also wenn das so ein Pott voll, weil man ja auch immer so diese Assoziation mit Omas Knopfdose hat. Ja klar, wem kommen die nicht als erstes in den Kopf? Ja, völlig logisch, nicht wahr? Ja, richtig. Nee, also, kannst du es ein Stück rausholen vielleicht? Wo denn? Da? Irgendwo, ja. Weil, oh, nee, das Geräusch ist ganz eklig. Gut, komm, ich halt sie hier so hoch. Wenn die so klackern. Okay. Oh, nee, dann fallen die raus. Kannst du das, dass sie da in der Wanne bleiben? Dass sie in der Wanne bleiben? Ja. Ah, das war ich. Oh Gott, ey. Entschuldigung, alles gut? Ja, ja. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall ihr Buch, ladies and gentlemen. Pfui, ich bin ne... Wat der Knopf, so, den Titel hab ich mir die ganze Zeit für zu merken. Kann man sich nicht merken. Das ist nicht nur deine Geschichte. Du kannst sie dir nicht merken. Nee, ich kann mir nicht merken. Ich hab eine Phobie vor Wörtern. Ach so, ah. Es gibt, ich hab nie jemanden kennengelernt, aber es gibt angeblich die Phobie Angst vor extrem langen Wörtern. Das ist... Ja, welcome to the Bahamas and we wish you have a nice holiday. Sowas zum Beispiel oder was. Du, aber du hast ganz viele Menschen getroffen, die tatsächlich auch ähnliche, ich nenn's einfach mal vorsichtig, absurde Phobien haben wie du. Wie schwer ist das, dass die Menschen sich öffnen? Weil es ist ja schon auch irgendwo so ein, sag ich mal, ein psychisches Öffnen einem fremden Menschen gegenüber. Ja, das Schlimme ist, dass die jetzt einzeln rumliegen. Das ist nochmal ganz extrem. Du erzählst einfach, also wie haben die sich geöffnet? Ich sag mir mal hier ein und wir wollen nicht spielen. Also ich fang jetzt mal so an. Natürlich ist mir klar, dass viele Leute den Knopfekel für absolut bescheuert und absurd halten. Aber in meinen Augen sind alle Phobien absurd. Also auch die Spinnenphobie, wenn man sich's mal genau überlegt, ist ja völlig irrational. Weil so ein kleines Krabbelvieh kann einem natürlich nicht ernsthaft gefährlich werden. Trotzdem gibt es Menschen, die haben solche Angst vor Spinnen, dass sie in Ohnmacht fallen, wenn sie eine sehen. Die Spinnenphobie gilt ja nur deswegen als normal, weil bekannt ist, dass ganz viele Leute die haben. Die haben, ja. So, das vorweg. Und deswegen würde ich sagen, so die ungewöhnlichsten Phobien bei... Ach nee, das hast du ja gar nicht gefragt. Ja, aber sag ruhig eine. Wir haben sonst auch... Wir können's ja so machen, wir können gerne nach der Werbung nur reden, weil wir haben hier mal ein bisschen was vorbereitet. Es gibt sehr viele ungewöhnliche Phobien aus diesem Buch. Eine ist zum Beispiel die hier. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es hat was mit Kaugummis zu tun. Paulina. Wir machen eine kleine Unterbrechung, sind gleich wieder da mit natürlich Mareile Kurz, außerdem Serra Somuncu und Stone Sour. Meine Wenigkeit und natürlich nicht zu vergessen, Streifen Jupp und Orangutan Klaus.